Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute mit Ihnen über das rechtliche Gehör sprechen. Das rechtliche Gehör ist bekannt über Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz und wenn bei einer Behörde oder sonst irgendwo rechtliches Gehör nicht verletzt wird oder bei Gericht zum Beispiel, dann wird sehr schnell die Verletzung rechtlichen Gehörs reklamiert. Wenn man sich die Grundlagen mal genauer anschaut, Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz, wird die Gewährung rechtlichen Gehörs als Prozessgrundrecht nur vor Gericht gewährt. Im Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz heißt es dazu wörtlich, vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. Soweit das Zitat. Was heißt das für uns? Heißt das, dass man im Verwaltungsverfahren, im Einspruchsverfahren zum Beispiel vor der Rechtsbehelfstelle oder bei der Betriebsprüfung etwa kein rechtliches Gehör hätte? Doch, auch dort haben wir rechtliches Gehör. Es wird nur dogmatisch etwas anders hergeleitet. Es wird dort über das Rechtsstaatsprinzip, also über Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz hergeleitet, über den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nach Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz oder über die allgemeine Menschenwürde nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Sodass streng genommen, wenn Sie in einem Einspruchsverfahren vor dem Finanzamt den Eindruck haben, Ihnen wird rechtliches Gehör nicht gewährt und Sie reklamieren dann, dass Artikel 103 Absatz 1 GG verletzt ist, wäre das streng genommen, genau genommen, nicht zutreffend, weil das eben anders begründet wird. Sachlich-fachlich ist das aber trotzdem richtig, wenn der Sachverhalt so vorliegt, dass Ihnen nicht zugehört wird, dass auf Ihre Argumente nicht eingegangen wird, wäre die Begründung eben über Artikel 20 Absatz 3, 19 Absatz 4 und 1 Absatz 1 Grundgesetz. Aber auch dort wird dann, wenn Sie so wollen, analog oder entsprechend das rechtliche Gehör genauso natürlich geschützt. Also im Klartext, überall vor staatlichen Behörden und in unserem speziellen Genre, also im Steuerrecht, ist natürlich Ihnen rechtliches Gehör zu gewähren, analog natürlich auch im Steuerstrafrecht. Und ob wir uns nun in einem Verwaltungsverfahren befinden, sei es in einem Hauptsacheverfahren oder in einem Aussetzungsverfahren, muss Ihnen natürlich rechtliches Gehör gewährt werden und natürlich ganz ausdrücklich über Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz vor dem Finanzgerichten oder vor den Strafgerichten und natürlich entsprechend vor den Obergerichten, BfH, Verfassungsgericht und so weiter, selbstverständlich. So, was heißt das aber inhaltlich? Rechtliches Gehör bedeutet nicht nur, dass Sie die Chance haben, Ihre Meinung zu sagen, also bitte ohne Beleidigung, sondern einfach sachlich, fachlich sagen, was Sie glauben, was falsch ist oder was richtiger wäre als das, was das Finanzamt macht. Sie dürfen auch ausreichend Redezeit beanspruchen oder Vortragszeit beanspruchen und auch die Fristen zum Vortrag müssen ausreichend sein. Ich will das mal ein bisschen überspitzen, dann wird es ganz deutlich, was ich meine. Wenn Sie in einer Schlussbesprechung sind und die Schlussbesprechung beginnt wegen mir am Donnerstag morgens um 10 Uhr beim Finanzamt, Sie begrüßen sich, setzen sich hin und dann ist es drei nach zehn und dann sagt der Sachgebissleiter oder der Betriebsprüfer, so, wir machen jetzt hier die Schlussbesprechung, Sie können jetzt sagen, was Sie möchten, Sie haben jetzt rechtliches Gehör und dann guckt er um zehn nach auf die Uhr und sagt oder um 13 nach, so, ich habe Ihnen jetzt zehn Minuten zugehört, wir sind jetzt eigentlich fertig, ich habe Ihnen genug rechtliches Gehör Gehör gewährt, das kenne ich auch alle schon, was Sie sagen wollen, ich gebe Ihnen noch fünf Minuten Zuschlag und wenn Sie dann nicht fertig sind, haben Sie Pech gehabt, wir beenden dann die Schlussbesprechung. Und dann, wenn die Zeit um ist, sagt er so, vielen Dank auf Wiederhören, ich habe Ihnen rechtliches Gehör gewährt, das war's. Das ist natürlich kein rechtliches Gehör. Man muss sich mit, also man muss Ihnen erst mal Zeit geben, auch die Vorbereitungszeit, wir machen noch gleich einen Parallelfall dazu, wenn das Finanzamt Sie heute einlädt für morgen früh um 10 Uhr Schlussbesprechung, haben Sie möglicherweise nicht ausreichend Zeit, sich vorzubereiten. Also auch eine vernünftige Vorbereitung gehört dazu. Oder das Finanzamt schickt Ihnen nicht das Exposé, informiert Sie also gar nicht, warum es eigentlich dann morgen in der Schlussbesprechung gehen soll, aber die Schlussbesprechung soll durchgeführt werden. Das funktioniert natürlich nicht. Also gehört natürlich dazu, dass Ihnen die Besprechungspunkte, die Beanstandungspunkte vorher offeriert werden. Das sagt ja auch so die Betriebsprüfungsordnung, dass Ihnen das vorher bekannt gegeben werden muss für die Schlussbesprechung. Da steht in Paragraphen 12 BPO 2000. Aber es muss natürlich Ihnen auch sachgerechte Vorbereitungszeit gegeben werden. Das heißt, Sie müssen sich mit Ihrem Steuerberater besprechen können. Sie müssen vielleicht Zeugen befragen können. Sie müssen vielleicht noch Erkundigungen einholen können. Sie müssen vielleicht auch einen Sachverständigen befragen können und dann in die Schlussbesprechung gehen. Das heißt nicht, dass Sie jetzt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, ich sag mal, herausschinden können, um das irgendwie zu verzögern. Das nicht. Aber natürlich müssen Sie sich sachgerecht vorbereiten können. Das alles gehört erst mal zum rechtlichen Gehör. Das heißt, vernünftige Vorbereitungszeit, vernünftige Redezeit. Auch darf man sie nicht dauert in der Schlussbesprechung unterbrechen oder Ihre Redezeit künstlich verknappen. Wir machen das mal ganz extrem. Sie haben eine Minute Zeit, zu den einzelnen Besprechungspunkten jeweils Stellung zu nehmen. Und was Sie da nicht schaffen, haben Sie Pech gehabt. So ein Dalli-Klick. Ja, so zack, zack, zack und fertig und tschüss. Das geht so natürlich nicht. Sie können jetzt nicht anfangen, Telefonbücher vorzulösen oder sinnvolle, sinnlose Sachen irgendwie runterzubeten. Das geht natürlich auch nicht. Aber natürlich müssen Sie ausreden dürfen. Sie müssen Ihre Gedanken ordnen können, gliedern können und Sie müssen natürlich vortragen können. So, Sie müssen auch vielleicht einen gewissen Einfluss nehmen können auf eine Reihenfolge oder wie Sie, zu welchen Punkten Sie was sagen. Also normalerweise in der Schlussbesprechung will die BP auch zum Ergebnis kommen, will die Punkte nacheinander abhandeln. Aber wenn Sie sagen, das muss man zum Beispiel in einem Kontext sehen, der Punkt 7 ist mit dem Punkt 11 und 15 vielleicht zusammenzusehen. Deswegen können wir jetzt nicht 7 isoliert betrachten. Deswegen kann ich hier isoliert noch nicht Ja oder Nein sagen, beziehungsweise möchte das dann im Zusammenhang dann mit den anderen Punkten eben, die dazugehören, vortragen. Ist das völlig in Ordnung? Und dann kann man dann nicht sagen, es haben Sie Pech gehabt vorhin, haben Sie es nicht vorgetragen. Jetzt sind Sie damit ausgeschlossen. Das heißt also auch, Zwischenergebnisse zusammenzufassen, Endergebnisse zusammenfassen, gehört alles zum rechtlichen Gehör. Ihre Redezeit muss ausreichend sein. Und jetzt noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Der andere muss Ihnen auch zuhören. Also Ihnen formal nur das Recht zu gewähren, jetzt können Sie was sagen. Und danach steht der andere auf und sagt, vielen Dank, das war's. Ich mache sowieso, was ich will. Ob er es uns sagt oder nicht oder Sie so zu spüren, gibt es eine andere Frage. Aber er muss darauf eingehen. Das heißt, er muss auf Ihre Argumente eingehen. Wenn sie richtig sind, sagt er, ja, stimmt, sehe ich auch so. Oder wenn Sie falsch sind oder nur teilweise richtig sind, muss er eben sagen, hm, sehe ich nicht ganz so, weil. Und dann kommt eben die Argumentation in Gang. Und dann sind wir eigentlich, und das ist ja der Hintergedanke des rechtlichen Gehörs oder der Grundgedanke, dann kommen wir in ein normales, menschliches Miteinander, in eine normale Kommunikation, in eine normale Diskussion. Und das ist eigentlich dann die Ideallinie, dass man das nicht so förmlich reklamiert. Ich habe einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Sondern eigentlich, wenn man ganz charmant sich über die Sache unterhält, die Sachargumente austauscht und dann in einem vernünftigen Dialog die wechselweisen Argumente, die Pro- und Kontraargumente austauscht und dann im Idealfall auch zu einer Synthese kommt. Nichts anderes sagt letztendlich die Gewährung rechtlichen Gehörs. Der andere, der also Ihnen das Gehör gewähren muss, muss auf Ihre Sachargumente eingehen. Und deswegen muss er sich auch damit auseinandersetzen. Und in einer negativen Entscheidung, sei es die Einspruchsentscheidung oder in einem BP-Bericht, muss er sich damit auseinandersetzen. Deswegen gehört auch zu einer richtigen Abfassung des BP-Berichtes. Gerade bei den Punkten, die später streitig bleiben werden, gehört natürlich auch die Darstellung Ihrer Position und warum das aus Sicht des Prüfers nicht richtig ist. So gesehen ist die Gewährung rechtlichen Gehörs eigentlich die Grundregel für jede vernünftige Diskussion, so wie wir sie alle gelernt haben und so wie sie alle, wenn wir sachlich neutral sind und fair sind, sie auch ausüben sollten. So, setzen Sie also Ihre Rechte durch. Lassen Sie sich das nicht gefallen, dass Ihnen das rechtliche Gehör abgeschnitten wird. Reklamieren Sie, dass Sie ein vernünftiges Gespräch wollen und letztendlich das vernünftige Gespräch, die vernünftige Diskussion und die Besteuerungsgrundlagen doch auch im Interesse des Finanzamtes ist, denn es hilft ja letztendlich keinem, wenn man Ihnen nicht richtig zuhört und dann die Sache in die nächste Instanz getragen wird, dann sind ja dieselben Akteure wieder dran und müssen sich wieder mit der Sache auseinandersetzen. So gesehen ist ein emotionales Abschneiden des rechtlichen Gehörs unter vielen Gesichtspunkten nicht nur rechtlich falsch, sondern auch taktisch unklug. Und von daher wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie sich mit Ihrem Ansinnen auf Gewährung rechtlichen Gehörs oder vielleicht noch anders formuliert, für ein vernünftiges Gespräch durchsetzen. Wenn das nicht klappt, kommen Sie gerne zu mir. Dann versuchen wir das zusammen und dann wollen wir mal schauen, ob wir da nicht vernünftige Gespräche hinkriegen. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss, Ihr Jörg Burkhardt.